Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Parfümzerstäuber hier für eine Reise zum Beispiel richtig befüllen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige euch das Ganze mal bei meinem Zerstäuber, der hier unten eine spezielle Pumpfunktion hat, was einfach schon Stand der Technik ist. Doch wenn du jetzt einen Zerstäuber hast ohne diese Funktion, dann hilft es leider nichts, musst du ihn aufmachen, hier oben einmal abschrauben, das Parfüm nehmen und hier manuell die ganze Zeit einsprühen. In meinem Fall geht das jetzt alles etwas einfacher. Hierfür muss ich einfach mal bei meinem Parfüm hier oben den Deckel abmachen, geht relativ leicht, nur nach oben hin wegziehen mit etwas Kraft, sodass hier mein Pumpenstift zum Vorschein kommt. Nun muss ich mit der Unterseite von meinem Zerstäuber hier mit diesem speziellen Adapter einmal auf meinen Stift drauf gehen und nun kann ich einfach nämlich meinen Zerstäuber hier hoch und runter drücken. Und somit wird das Parfüm jetzt auch schon in diesen Zerstäuber hier oben schön hineingerückt, wie du es auch hoffentlich gut bei dem Fenster sehen kannst. Ich habe meine gewünschte Füllmenge erreicht, weswegen ich jetzt auch schon diesen Zerstäuber mal auf die Seite legen kann und nun ganz normal hier wie den Deckel drauf machen. Und schon haben wir nämlich unseren Zerstäuber hier richtig mit unserem gewünschten Parfüm aufgefüllt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein Parfümzerstäuber hier mit einer Pumpfunktion oder gleich ein neues hochwertiges Parfüm, egal ob für Damen oder Herren, zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.